Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die den ersten Jedi-Ritter ausgebildet haben. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki-Banoki mit Late Night und wir haben das 30-Sekunden-Battle hier und wir spielen Schwall ins All. Ping-Pong-Schwall ins All, sage ich dazu. Mensch, das ist ein Ding, oder? Und nenne alle Begriffe, Christian fängt an, alle Körperteile und Organe, die dir einfallen. Und es geht los. Fuß, Arm, Bein, Kopf, Herz, Niere, Finger, Gehirn, Leber, Lunge, Milz, Magen, Oden, Darm, Knie, Magina, Penis, Po, Schulter, Warte, Ferse. Stopp! Christian hat wieder gewonnen. Daniel ist raus. Schade bei den 30. Am Ende kommt's drauf an. Am Ende kommt's drauf an. Nicht am Anfang. Am Anfang kann man sich noch, am Ende muss man zack, 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 zack. Einen raushauen nach dem nächsten. Ja, schade, Daniel. Ihr seid so Sackpinnen. Ja. Cheerio, bis zum nächsten Battle. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.